Mann, 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 ist das herrlich, oh Freunde, aber irgendwie, mir macht mein Nachbar ein bisschen Angst. Der Typ, der hat da eine riesen Buchte sich gebaut und ich weiß es, der soll da oben irgendwie einen Schatz haben. Ich werde da jetzt einbrechen. Ist mir scheißegal. Ich werde da einbrechen. Gucken, was hier erstmal los ist. Hallo? Hä? Hä? Hallo? Hä? Stil? Stil? Bruder, warte mal. Stil? Als... was? Was machst du denn hier? Ja, ich fand das. Ich wollte Zeitung austragen. Du wolltest... du wolltest Zeitung austragen? Ja! Digga, guck mal da drüben, der Nachbar. Guck mal, der ist am Fenster. Guck mal. Ey, der Typ, der soll da oben... Er macht Auge. Bruder, er soll da oben den größten V-Bucks-Schatz der Welt haben. Nein. Wenn wir den bekommen... Ja, kriegst du Renegade Raider. Bruder, du verarschst mich doch gerade. Nein, ich verarsch dich nicht. Ich arbeite jeden Tag, Digga. Hier, Zeitung austragen und da oben ist so ein Schatz drin, Digga. Guck doch mal da oben, richtig Heckmeck und Feuerwerk und alles, Junge. Der hat da richtig gemacht, was der da getunt hat, hier mit Container in der Luft hängen und alles. Ja, da oben steht Renegade. Oh, guck mal, da ist er, da ist er. Da am Fenster ist er. Ja, okay, komm, lass mal hier so... Komm, wir tun jetzt so, als wenn wir hier zu unseren Kumpels gehen. Okay, okay, besser. Errengst du mir hinweg, weißt du? Ja, ja, genau. Okay, okay. Oh, Bruder. Guck mal, hier zum Telefon... zum Automaten. Wir müssen noch Geld davon. Genau. Das ist alles relativ menschlich, normal. Oh, guck mal, was hier liegt, Digga. Rauchgranaten. Damit können wir den ein bisschen ablenken. Okay, jetzt komm, komm, wir schleichen uns mal an. Ja, ganz ruhig, der hört uns schon. Ja, wir sind leise, Bruder. Und wir gucken mal, was der gerade drinnen macht. Und wenn er da drinnen macht, Bruder, ich sag dir, wir brechen die Tür auf. Okay. Ich breche die Tür auf. Ich folge dir, du bist Renegade. Boah, guck mal, ja, guck mal her. Bruder! Ich höre ihn. Ja! Weg, 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 weg. Was guckt der da für ein Fernsehen? Guck mal, er guckt Fernsehen. Ja! Ja, Bruder. Guck mal, meine Knüppel. Das ist ein Zehntel, Dig. Guck mal, meine Knüppel an, die ich hab. Damit verprügel ich ihn gleich. Ja, wenn du es schaffst, Bruder. Die Tür ist abgeschlossen. Die Tür ist abgeschlossen. Scheiße. Ich kann die auch nicht öffnen. Wir müssen einen anderen Eingang finden. Ja, ja, warte mal. Ey, warte, warte, ich hab eine Idee. Ich hab ihn gehört. Guck mal, hier drinnen. Ich breche ihn erstmal in seinen Schuppen ein. Okay. Oh, hier, ey, hier ist die Tür offen. Bruder. Stell dir Schuppen! Ja, 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 steh! Stell rein! Oh, mein Gott. Okay, nice, 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 nice. Ich hab, äh, Dings, hier, warte, es gibt dir auch eine. Ja, besser ist das. Drei Stück hab ich. Hast du vier? Oh, der rennt da richtig rum. Da rennt da in sein Haus. Pass auf, ich hab ne Idee, ja. Komm mit, sch, 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 sch. Okay, okay, okay. Und dann, soll ich, warte, wenn er rauskommt, sollen wir den, äh, den, äh, den Abuji-Bomber abwerfen? Nee, 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 ey, ey, er rennt wahrscheinlich auf die Straße und regt sich immer auf. Ah, okay, so. Ja, so ein Ding wird das nämlich sein. Okay, warte mal. Komm her. Dinkelmännchen, Digga, mach's den Dinkelmännchen. Du, der haut dir einen auf den Deckel, denn. Ah, weg, 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 weg. Komm, rein! Ja, komm, 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 komm. Ja, sauber, sehr schön, ja. Okay, pass auf, ich hab ne Idee. Okay, Bruder, wir gehen jetzt leise raus, ja, wir gehen jetzt leise hier raus. Ja. Gucken erst mal, wo er ist. Ich glaub, der rennt hier unten noch irgendwo rum. Ja, noch nicht. Guck mal, hier, hier ist, glaub ich, sein TV-Zimmer. Sollen wir das aufmachen? Ne, wir machen das nicht auf, oder? Lass das Schwein kommen, weil ich höre gerade echt nichts, er könnte vielleicht auch oben sein. Er könnte vielleicht auch oben sein. Pass auf, warte mal, was ist denn hier noch so? Hier hinten ist auch noch eine Tür. Ja? Wir gucken erst mal, wo es hier weitergeht. Hier ist eine Treppe. Pass auf, wenn er kommt, wir rennen die Treppe schnell hoch, okay? Okay, okay. Oh! Komm, 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 komm! Boogie, boogie, renn weg! Direkt weg! Er tanzt, komm hier hinter! Komm hier hinter! Komm hier hinter, komm hinter, Steal! Hier hinter! Komm hier hinter, Steal! Ich glaube, ich hoffe, hier! Ja, wo bist du? Hier hinter, ich bin oben, versteck dich. Ach du Scheiße. Warte, warte! Wo ist er? Ich weiß nicht. Komm hier hinter, komm hier hinter! Gott, er hält uns so schlau. Aber wir waren ja richtig dumm. Okay, Bruder, ich glaube... Er ist hier in dieser Etage, pass auf! Er bewegt sich immer noch, er bewegt sich immer noch. Ja, aber er sucht uns noch. Ah, ich verstecke mich hier hinter. Wo ist der? Wieder nach hinten. Ah, hier ist er! Nein! Ich leh' ihn ab! Ich hab' ihn abgemacht! Ich hab' ihn abgemacht! Ich hab' ihn abgemacht! Er ist weg! Er ist weg! Renni, komm! Schliß! Oder... Ich schwecke! Jump, jump, auf, rauf! Jump! Jump rüber! Ich seh' nichts! Ich seh' auch nichts! Ich seh' nichts! Ich bin lost! Ich bin lost! Ich bin weitergekommen! Oh mein Gott, ich seh' nichts! Ja, wow! Oh, wow! Ich hab' hier was! Komm, du rüberstellst hier! Ja, warte! Wo bin ich überhaupt? Nein, nein, nein! Ich bin bei dir! Ich bin bei dir! Ich bin bei dir! Oh mein Gott! Das war wirklich ne gute Geschichte! Mach die Tür zu! Mach die Tür zu! Ja! Okay! Guck mal, was hier hinter ist! Da müssen wir... Ich hab's bekommen! Oh! Du, ich steh' mir noch ver... Dings da! Verstecken! 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 Er ist vor mir! Er ist vor mir! Ja, ich hab' mich versteckt! Oh Gott, er ist wirklich lost! Er sieht mich nicht! Sehr gut, sehr gut, sehr gut! Okay, Steve! Wir müssen weiter! Wir müssen weiter! Ich glaub' er ist grad hier irgendwie weitergerannt! Ahh! Alter, warte, warte! Ich guck' nicht! Okay, aber war der erst richtig nah? Nein! Ich seh' ihn noch! Ich seh' ihn noch! Ich seh' ihn noch! Warte noch! Nein! Oh! Bruder! Geh' weg! Geh' weg! Digga! Ja! Bist du tot? Ich bin tot! Nein! Dann nicht! Okay! Ich kann mich hier verstecken! LOL! Steele, ich hab' ein Loch gefunden! Und ich hab' hier ne Münze! Ich hab' ein Loch gefunden! Oh mein Gott! Ich probier's wieder! Ich geh' vor dem Hinteringang! Hinteringang war nämlich vorhin die Tür auf! Okay, ich guck' wo er ist! Ich guck' wo er ist! Er sitzt hier grad wieder und guckt Fernsehen! Schnell, 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 schnell! Komm! Okay, wir müssen jetzt schnell sein! Pass auf! Guck' mal hier oben! Was hier ist ein Geheimgang! Oh! Warte, warte! Steele, mach' hinne! Ja! Mach' hinne! Oh! Warte, warte, warte! Warte, warte! Erster, erster! Wo ist der? Weiß ich nicht! Oh mein Gott! Oh Gott! Steele, was hast du gemacht?! Nein! Ich seh' nix! Ich seh' nix! Ich bin so schlecht! Komm' hinter die Kartons! Komm' hinter die Kartons! Ja, ja! Guck' was hier für mich! Hier ist auch'n Weg! Warte mal, warte mal! Komm' mal hier! Ich mach' die Tür zuerst mal! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Sehr gut! Oh mein Gott! Bruder! Okay, nice! Wir haben ihn ein bisschen abgelenkt! Ich bin lost! Nein! Nein! Die beiden sind fett, Digga! Warte! Nein! Warte! Digga! Bruder, nein! Warte, warte! Ich lenk ihn ab! Ich lenk ihn ab! Oh mein Gott! Ich will die V-Bucks! Wir müssen ihn ausnehmen! Ja! Und du kannst auch hier hochstil! Nee, aber hier kannst du... Du musst aus! Du musst so'n bisschen rumspringen! Ja, ja! Wenn er kommt, ich kann Boogiebomb noch werfen! Ja! Nice! Und! Oh mein Gott! Stark, stark, stark! Sehr nett! Uh, da war ich nah bei mir! Okay! Scheißhose! Geht das doch? Ja! Wir kommen hoch! Oh, wichtig! Was lief? Was ist das hier? Muss loszeichen! Das ist falsch! Das ist falsch hier! Nein! 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 Es explodiert hier gleich! Oder wir müssen noch was kaputt machen! Oh nein! Nein! Oh Gott! Er ist selber runtergefallen! Ja! Warte! 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 Er hat geschrieben! Hier sind nix der unsichtbare... Ich stell dir mal vor, es gibt unsichtbare barrieremäßig! Das heißt, man kann da wahrscheinlich nicht drauf schaffen, oder? Kann man nicht! Doch! Probier du mal! Er ist da! Er ist da! Doch! Da war das! Da war eine unsichtbare Barriere! Da war das! Gucken was er macht! Gucken was er macht! Ich beobachte ihn von unten! Ja! Ich bin das! Ich habe mich versteckt! Er ist wieder fest, oder? Er ist runtergefallen! Er ist runtergefallen! Er wird jetzt wieder hochkommen! Er wird jetzt wieder hochkommen! Okay! Ich bin schneller als er! Probier du's! Probier du's! Er rennt hier unten rum! Ja! Pass auf! Der wartet auf dich! Ah! Oh! Stanley! Oh mein Gott! Ich komme! Ich komme! Ich habe ihn boogiebombt! Aber ich weiß halt nicht, wie ich jetzt weitergekommen soll! Laufen vielleicht! Laufen! Heute! Schalte! 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 Oh mein Gott! Oh die Tür zu schnell schnell! Schalte! Sie ist alles verdreht! Oh! Hier ist die nächste Tür! Aber wie kommen wir rein? Hä? Hier doch nochmal! Da drüben hinJabbar! er kommt er kommt hinter uns die macht ich habe ich habe ich habe ein stück zu gesperrt oder das verstecken dass ich verstehe hier kann man sich verstecken weiter weiter da und da war ich immer wieder und can be really use for something was heißt dort könnte hier die türen ja die muss auch von außen aufmachen nein er kommt er kommt ja wie machen wir jetzt die türe auf ich hab's ich hab's nein niemals ich muss hier noch ich habe es geschafft ich komme von außen hoch ich komme von außen ich bin wenn du schaffst ich bin der beste nein du hast du hast geschafft er verfolgt mich ja er verfolgt mich ich habe eine boogiebomb wenn er kommt ich habe mich schon bereit ich hoffe ich komme ich habe eine boogiebomb weggeworfen ich habe sie weg stecken hier außen lang was steht denn da steht irgendwas oder safe call außen lang ja nee nee nicht außen lang andere seite lang da ist ein bounce aber wie kriegen wir das ich hab das bei uns bitte ich hab das bei uns ach du hast aufgehoben hier wahrscheinlich nein 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 doch 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 warum nein stand ich doch das ist richtig hier das ist richtig komm schnell er ist da unten ich hab hier direkt den weg gefunden ja ok nice ich hab ein bouncepad jetzt wo muss man das bouncepad einsetzen warte 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 ich bin erstmal hier bruder bruder ich glaube hier unten brauche ich so ein weg warte mal hier kommen wir nicht weiter hier kommen wir nicht weiter ich habe mich auch gerade gemerkt das war irgendwie so eine sattkasse ja ich komme zu dir hier bin ich ja hier hoch wahrscheinlich wieder oder hier hoch ja hier 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 ist das ein weg man bist du hier vorhin auch hoch gegangen ja hier bin ich schon okay okay du musst auf den balkon auf warte 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 hier hier ich hab's auch ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's okay komm weiter geht's ok nice freunde wir sind fast doch mal wieder näher hier hochklettern warte hier kommen wir wo es hier ist hier 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 b bahn you probably need something to get oh wo da hier wahrscheinlich bist du gerne nein hier geht's weiter nicht warte das kann nicht sein hier ist der typ oh my god hast du noch irgendwas ich habe keine boogie uns alles accountable ihr könnt nach oben wiront kann die von weg geworfen kommer kunstOR mir wo ich mal weg geworfen was gemeinsamIN wohl Catherine . Explos northern bl valley oder ich kann ich ja ich muss ich verstecken ich muss ich verstecken ich muss woanders die weiße wenn weißt du kannst durchgehen ja aber es ist trotzdem noch mal das rote vor mir okay passiert irgendwas bei den des sounds nix oder was gar nicht gar nichts okay gut warte mal können wir nicht rüber springen haben wir gerade schon probiert hier ist auch noch ein weg warte mal hier ist auch noch so weg um die dings hier ich weiß nicht wo es hier lang ist jetzt einfach mal lang oder mein gott junge oder was das hier für dinger oh mein gott was machst du da hinten passiert jetzt irgendwas du bist genau über mir ich sehe dich hat kalt gerade hier du bist ja sogar dort in diesem raum oder wie nein 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 da ist diese bruder ach so warte mal kann ich jetzt aktivieren ja müsstest du ich komme mir sonst nicht durch ich weiß was zu machen ich weiß dass du machen muss hier ist irgendwie eine unsichtbare wand die ich bin da in die eine steht warte mal immer bleib mal stehen bleib mal stehen bleib mal stehen so ist dir hast du irgendwas aktiviert okay bleibt das stehen bleibt das steht ich denke hier ja die deadzone ist deaktiviert ich kann jetzt hier hoch echt jetzt ja du hast irgendwas deaktiviert ja habe ich auch hier unten ja okay ich bin jetzt oh gott der nachbar guck mal wo ich jetzt bin ja was hab ich nie was mache ich jetzt hier raus springen wie komme ich jetzt zu dir warte 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 du musst rum du musst einmal ums haus rum springen oh mein gott okay so ausmäßig links ja ja außen ausmäßig genau das ist ein bisschen tricky ja ich bin jetzt auf der achterbahn wir sind fast oben sehr gut ich warte hier auf dich oh oh ich hab's auch jetzt ich bin jetzt die treppen hoch hier okay nice ja 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 warte 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 muss ich jetzt hier runter bei der deadzone zieht die treppen hoch bei der deadzone die treppen hoch musst du bist unter mir guck mal hier du musst runter hier ach so muss ich hier runter ok ok und jetzt hoch hoch hier hoch da war ich vorhin nämlich ja ja hier warst du hä ach nee da hinten ich war ja halt eingesperrt ich konnte ja nicht durch jetzt glaube ich jetzt mal hier weiter auf der achterbahn mein gott bruder das ist ja hier auf was jetzt hier stand ich ja genau und jetzt hier operiere ich auf IQ Basis ja nice Junge bruder geh doch hier hä was macht der nachbar da ja bruder der kriegt das gar nicht mit jetzt äh er sucht ich guck glaube ich hier die Landschaft an er guckt die Vögel an er guckt die Vögel an ich hab auch erzählt alle Vögel an er guck mal die Wärme nein nein Steele Bruder ich komm sofort alles gut aber wir müssen hier weiter hoch wir müssen hier auf das hoch und dann auf dem Rohr lang dann sind wir fast oben ja oh Gott ich hab's geschafft auf Rohr ich bin auf dem Rohr ich bin sofort weg da schnell rüber oh Steele hier ist die Tür ich bin sofort da nein hä nein wie ist zu die Tür warum ist die zu nein nein wir müssen die von innen wieder auf machen glaube ich hör auf ich glaube sogar ich kenne den Weg warte Johnny bleiben bleib da wo du bist warte ne Bruder doch 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 ach doch du bist ja da und so ja da gehts aber nicht lang die sollen wieder hoch kommen warte warte ich klär das jetzt die sollen wieder hoch kommen warte 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 Johnny oh mein Gott das ist ja echt tricky Michi Bruder ich will wissen was beim Nachbarn versteckt drin ist ja ich auch ich will den Rewax ich will den Renegade Raider nochmal haben wir müssen hier ja und jetzt warte hier 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 hä ah ich glaube hier oder ja jetzt die Tür sehr gut sehr gut sehr oh mein Gott ja 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 warte mal die die most obvious way may not to be the correct one ok das heißt wir müssen die Tür aufmachen glaube ich die geht nicht auf probier die mal aufzumachen ne geht nicht bruder warte mal müssen wir jetzt hier lang wo ist überhaupt der Nachbar hast du den Nachbarn mal wieder gesehen ne gar nicht mehr bruder ok guck mal erstmal da lol der Nachbar ist der Nachbar ist in der Badewanne digger der Nachbar ist in der Badewanne der Nachbar ist in der Badewanne oh mein Gott er ist gerade baden bruder warte mal ich glaube hier müssen wir lang der Nachbar ist baden oh Gott der kriegt gar nichts warte wir müssen glaube ich von hier oben wir müssen hier Anlauf nehmen auf ne ne oh mein Gott move man du bist der erst mal ein Profi ja Deathrun ist das andere man hat immer gewonnen so ein Ding oooh komm Shani Shani bruder nicht windig werden ja komm ok warte ich im Anlauf der Nachbar kommt oh mein Gott oh mein ich hier ist auch nein der Nachbar kommt oh ich schieße mach ich schieße doch ok Läu sein Drogengarten ist hier oder ist ein komischer Garten hier ja ja können wir nicht weiter guck mal drop down if you find the Glider redeploy item hä drop down if you na 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 don't drop down if you wir dürfen nicht runter droppen wenn wir noch nicht mein Glider Dings gefunden haben wir müssen redeploy oh hier ach nein hast du den ich hab nen Weg ja warte da ist ein Weg du hast recht du hast ja aber ne geht nicht hier lang hier lang außen oder komm her doch da unten lol warte mal geh du mal ich ich geh über dich raus warte ja 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 ich muss ja ich muss dich blocken Digga ja aber warte mal ich war nicht wie waren wir noch nicht ja das Ding ist ich hab's geschafft ich hab's geschafft ich hab's geschafft ich hab's geschafft sehr gut sehr gut sehr gut ja ja oh wir sind gleich oben wir sind gleich oben oh mein Gott ja bruder was hat der hier guck mal er hat den Teich ich trau mich aber nicht reißen ich bin nicht seit ich sterbe Junge was zählt ja Bruder was zahlt der hier für Miete warum hat der hier auch so Bruder wow guck mal den ganzen Fernseher an hier ja glaubst du das ist ein geheimes Lager oder was ist das ich glaub auch hier das sind die ganzen Überwachungskamera die haben wir jetzt alle gerade so zerstört er kann jetzt nichts mehr sehen er sucht uns gerade nämlich oh da oben rechts da denke ich geh mal nach rechts geh nach links hier geht's weiter hier geht's weiter sag ich warte ne hier geht's nicht weiter aber da ist noch irgendwas verdächtiges auf der Decke da oben ja Bruder ich trau mich da gar nicht hin das hier nicht das hier so geheime Falle ne Falle ja 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 der ganze Weg nochmal hä ne Bruder ne ne ich bin dann ne es ist doch hä 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 da war das wegen der Decke wahrscheinlich da war da war doch irgendwas oder vielleicht muss da hier irgendwo hoch vielleicht gibt's den Geheimgang ja du musst ja immer hier hochklettern es gibt manchmal so Wege dass man äh ne 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 guck mal hier guck mal hier hast du's guck mal hier komm mal mit komm mal mit komm mal mit ja ich bin da nein ja kommst du nicht wo oh doch 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 oder nein geh weg geh weg geh weg geh weg da oh 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 mein Gott da waren die Enden warte 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 hä nein warte es geht hier nicht es geht hier nicht nein du hast recht guck mal da hinten Container da ah du ja du musst das Bruder ich glaub ja er müsste in den Container reinjumpen du musst das machen ja scheiße mach du oh ich hab's geschafft du hast geschafft ich hab's geschafft nein das war halt echt so Digga das Ding krank das ist auch so als du musst das schaffen so hier geht's hier ist jetzt noch ein Weg rum oh Gott wenn ich jetzt hier runter falle komm Steine du schaffst das jetzt Digga ich hab dir noch meine super Basketball Bruder ich geb die Hälfte der V-Bucks ab ja wär echt nett no joke wir nimm den Typen richtig auseinander ja besser wär das so ich wär jetzt hier oben tack nice mach weiter lenk du den Nachbarn ab lenk du den Nachbarn ab ich lenk ihn ab oh Gottes willen Bruder oh mein Gott nein ja ja nein was ist das hier okay I give you a hint if you look down here to the right there is a balcony you need a shiller inside here oh da ist irgendwie so ein Balkon mit so einem Bouncer hä ne dann willst du nicht am Ende warte mal sind hier am Ende oder warte mal doch wir müssen hier noch hoch warte Stil warte Stil ich glaub das geht hier noch viel weiter nein nein Digga hör bitte auf ich hab's geschafft okay ich hab's geschafft okay warte mal ja hier ist ein Checkpoint wahrscheinlich erster Checkpoint ja wo moin hier ist der erste Checkpoint ja jetzt springen wir hier rüber ich glaube ich muss da raus ich bin mir auch nicht sicher aber das ist das einzige was Sinn macht ich mach's einfach Bruder hast du's nein Bruder Johnny ich bin auf dem Haus nein Bruder ich hab das Haus erklommen du warst getan Digga wir haben wir haben ihn hochgenommen oh mein Gott Bruder wir haben ihn hochgenommen let's go wie viele V-Box sind da oben Bruder es sind hier warte mal warte mal ich sag dir ganz ehrlich ich glaub das ist hier noch nicht das Ende so Leute das Ding ist wir brauchen jetzt unbedingt noch einen Dings wir brauchen jetzt unbedingt noch eine Eisfalle dann kommen wir ganz nach oben weil wir sind immer noch nicht an dem höchsten Punkt und ich glaub nämlich ja die Eisfalle war hier die Eisfalle war hier safe call ja jetzt ich hab's ich hab's ich hab's Jungs 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 was denn Jungs 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 Daddy ich bin so dumm ich bin so dumm ich bin so dumm Bruder wir kriegen jetzt den Schatz wir kriegen den 100.000 V-Box Schatz und den Renegade Raider für dich vom Nachbarn ok und jetzt ja 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 ich bin in der Röhre zum Geheimgang zum Nachbarn Bruder hier ist noch ein Checkpoint letzte Tür letzte Tür ist hier ich hör die Kiste weißt du was das heißt erzähl ich bin drinnen Bruder ja wir haben es geschafft Bruder wuuu ab geht let's go Stil hier bin ich sie ist sie ist ja Bruder Bruder Retail Roll gibt's wieder so nix das da oben ich bin überm Haus Brudi alter wie ich ich hab die V-Bucks dabei 50 Schrauben V-Bucks für Stil unglaublich Leute checkt den Jungen ab lasst kostlos abo da liken nicht vergessen wir sind beim Nachbarn wir haben den Nachbarn einfach auseinander genommen wir haben den Nachbarn Armholt gemacht er selber durch seine eigene Wohnung kommt er hier durch er selber wir haben uns einfach hoch genommen und guckt dieses Gebäude an das war's gewesen Leute hau da rein guckt ein schnelles Zuliebsgerüst in